Moinsens, Moinsens. Und zurück mal wieder bei Dragon Age Origins. Ja, es ist jetzt eine Weile her. Ich war jetzt die restlichen Wochen mit Cyberpunk beschäftigt und, äh, hab dann auch noch ein bisschen was anderes gemacht und ich dachte jetzt so langsam hätte ich mal wieder Bock, hier mal weiterzumachen. Die Sumpfhexe will etwas von ihm. Wovon? Ah, ihr meint von ihm. Und wenn? Was dann? Weiß es um die wahre Natur, die Sumpfhexe. Lasst mich raten, ihr kennt meine wahre Natur. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Welt zu beobachten. Ich weiß, was ich sehe, wenn ich sehe. Ihr habt 30 Jahre lang beobachtet, was ein kleines Dorf vor euren Augen aufgeführt hat. Spielt jetzt hier nicht die allwissende, weise Frau. Ihr seid bestenfalls eine mittelmäßig funktionierende Statue mit schlechtem Gedächtnis und schlechten Manieren. Leute. Schüttet euch davor, mich zu verurteilen. Okay. Vielleicht habt ihr da recht. Beef, beef, beef. Ja, das will ich wohl meinen. Ja, kann ich jetzt endlich mal was sagen, Leute. So ist das hier immer. Wo wollte ich denn hin? Wo geht es denn da eigentlich hin zum Orttenteig? Wo bin ich hier eigentlich? Ne, wir gehen jetzt erstmal. Ich muss mich erstmal orientieren, ey. Ich war jetzt ja lang nicht mehr. Wo geht es jetzt hier lang? Och, ey. Okay. Wir werden uns alles mal angucken. Ähm. Ist hier irgendwas? Wie gesagt, ich weiß das alles gar nicht mehr. Ähm. Auf jeden Fall. Falle! Oh oh. Dunkle Brut! Euch habe ich doch gern. Hier. Morrigan. Guck mal her. Dunkle Brut. Ja, mal gucken, ob der Einstieg jetzt wieder was taugt. Vorsicht vor ihrem Blut! Ähm. Oh, die sind alle weg. Ne, die sind nicht tot. Das hätte mich auch gewundert jetzt hier. So, Kinders. Für euch gibt es jetzt was ganz Feines hier. Jetzt kommt da auch noch so ein Haustier angebrochen, ey. Verstanden! Schön. Ne, wat wollte ich sagen? Ich weiß es gerade nicht. Einfach der Einstieg. Äh, ich muss mir jetzt erstmal angucken. Also, es geht ja. Es war ja jetzt nur ein Monat oder so. Dass ich einigermaßen weiß, wo es jetzt hier weiter geht. Wir müssen ja nach Brunker suchen. Das weiß ich noch. Wo bin ich hier überhaupt? Und. Ja. Wie ihr wünscht. Rumpf in einem Sack. Irgendeine dämonische Krill. Wat? Zerschnitten. Zerschnitten. Der Körper zerteilt, damit kein Leben, wo auch kein Herz schlägt. So kann die ganze Biste werden. Okay. Lalalala. Wo sind wir denn aus? Aber zerschnitten. Finde im Orten-Teig Unterlagen über Orthas Familie. Ort hatte ich geblägt. Ah, stimmt. Ja, gut. Aber wir sind ja noch nicht hier im Orten-Teig, ne? Aber ich hab den Zugang auf jeden Fall gesehen. Dat wird abenteuerlich hier. Hallo. Na ihr Lieben. Das ist aber nett, dass ihr euch zu uns gewählt. So. Ja. Oht auf wird es? Bäm. Wie inferior? So. Achtet Und das war's auch mit dir Boah Wat für Drecksvieh hier aller So Schön wie wär's mal mit Pulverisierende Schläge Alter das sind ja auch noch wenige hier So Ihhh betäubt was soll dort Fahre ich mit euch hänseln Ehhh ich mach euch alle So Die haben sogar Anführer ey ich glaub's nicht Nice Och geht's noch Nimm mal hier nen Klee hier Langsam wird's nervig hier Muss ich mal hier irgendwas zumachen oder so Ich glaube nicht oder Etzerla war's das aber ey Meine Fresse Da ist doch auch noch wat um der Ecke ne Ey Verpest euch Materialchen ey Hier jetzt zahl ich's heim ey Das ist doch alle deine Schuld hier Oh Hält ganz schön mal aus Mit so'n kleinen Klinge Und Bäm Junge Hach Welch Erlösung Unzerbrochener Stein Was? Keine Ahnung Erstmal hier um umgucken Gut fang wir an Ich glaube nicht oder Ne Achso machst du nochmal mit der Flostwaffen für uns alle Der Ogren hat irgendwie nix Keine Ahnung ich glaub der ist mal verreckt oder so Ne Sarkophag Jetzt bin ich aber mal gespannt Ich glaube da haben wir auch schon was besseres oder Ja vereist mhm Ja gut das kam durch unseren Nebeneffekt Verstanden Wo sind wir denn hier ey Yo Sammeln wir die? Ich weiß es nicht mehr Wir geben doch irgend so ein Lyrium oder? Aha Codex ein Stein Gut Es war so ein Nebenzweig ne Dann gehen wir wieder zurück würde ich sagen Wir waren eigentlich überall ne Ich glaub wir waren auch da oben Das sieht doch recht gut erkundet aus Wenn du die Minen von Moria auf Wish bestellst Nein So schlimm ist es jetzt nicht Das ist in sogar was Ein Game angeht sogar das was dem am allernächsten kommt irgendwo Aber es ist halt auch riesig ne Kann man hier irgendwo entlang latschen? Ich glaub ja ne Vielleicht Können wir so ne Runde machen? Keine Ahnung Verstanden! Die Schrecken als Endlosenwege So so Es steht hier Die Die Heromont ist ein Freund der Staubfresser Vandalismus Anzeige ist raus Wo bin ich denn? Ein Etzala Das hört sich ja wieder geil an Yo kreischer du War ja klar Problem Jo It's an ambush not a trap So dann Was machen wir denn? Ah das stimmt finaler Schlag Das haben wir ja mal freigeschaltet Komm machen wir mal Das nenn ich mal ne Zerstörung Mental und physisch gleichzeitig Jawoll Komm taucht raus Komm taucht raus Hier Boah alter verpiss dich ey Gut Gut Hangen wir an Musik Ach stimmt Shale hat ja so Widerstandsstand Ein Alpha Ach jawoll Boah Oh nee Hätte ich den finalen Schlag nicht geopfert ey Aaaaaaah Mann wir müssen hochgehen hier So So unverpissen Klazika Was ist jetzt hier mit pulverisierendem Schlag ey So ich muss das anmachen Genau es ist passiv Ah Schönes Beben Aftung Aua Es ging nochmal knapp hier ey So Leute So Leute Zack Jawoll Zick So und nicht anders Uh Diamant Der ist bestimmt gar nix wert Immer diese netten Mini Boss Kämpfe Die lobe ich mir Äh Boah Komm jetzt wieder Kreischer Ne Ne Besser Einen von den Keks hier So Vor der hier zauern kann Weg mit dem Eeeh Nix heilen hier Eeeh Nix heilen hier Tactic Tactic As fuck Wie ihr wünscht Oberflächler Griff Das klingt doch Nö Jungs das bleibt Klingt interessant Die Ehre eines Oberflächlers Ist das was Neues? Ja Ja Das machen wir alles noch Das machen wir alles noch zum Schluss Das War alles Brauch Plan Ne Auch nicht Da gibt es besseres Weg Weg mach Oh ne So wir schicken immer Morrigan vor Weil Die weißt was er tut Und 2 Flussbad Ne danke Auch nicht So in die andere Richtung Da geht was Falle Ah ah Weg damit Ist ja mal richtig billo Wie ihr wünscht Wie ihr wünscht Okay Was geht Denn hier ab Ja schon wieder so ein Fake Dino Das ist halt Anti-Rückstoß Versicherung Aber Oh ne Oh ne Wie ihr seht gehört mir Nice Achja Achja Was geht jetzt hier So tiefen Wege tiefen Wege Da ging es doch Orten-Teig dachte ich oder? Die Orten-Orten Ahja Kodex über die Frühwischicht der Zwerge Wie war das so aus Kevin and Hobbs So so crazy Reim Wie viele Orten können die Kurden Orten Oder wie viele Kurden Horden können die Orten Orten Keine Ahnung Oh shit Hier geht es auch weiter Steht hier tiefe Wege Guck mal was wir da noch hier haben Was geht denn hier ab? Nichts interesting Nein Gesundheit Ach war doch klar ey Die schlechte Kerle ey So So Was wird dir Ehre Nice Gut fangen wir an Nice 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 Was geht denn hier Da hinten haben wir auch noch Kollegen So so Who Who is it? Was? Da unten? Was willst du denn hier ey? Hier Wo kommst du überhaupt her ey? Wo warst du? Fragen über Fragen Was? Wie sollte kein Problem sein Was haben wir denn dahinten? Bin zu weit weg, oder? Unten Ogre! Shrek am Start! So. So. Warm, Junge. Na, ihr bleibt noch mal hier. Wartet bis sie ein bisschen ankommen hier. Ups. Sieht gut aus. So. Alter, wird der weggeputzt, ey. Da kann ich mich an Zeiten erinnern, da ging das auch noch nicht so einfach. Jetzt müssen schon die Alphas weg von mir. Ja, okay. Nice. Very nice. Nee. Nee. Well, this stones look like stones. Bin ich hier zahle eigentlich? Aha. Dann wohl über die Brücke. Wohl auch nicht. Da sind aber auch wieder welche am Start. Was ist das hier? Ach, das ist Wasser. Neblig. Sieht hier mal interessant aus. Hä? How? Woher kommt die denn her, Allah? So. Den Zaubertrick wüsste ich auch gerne. Moin. Moin. Äh. Auch Leute. Was geht denn hier ab, ey? Äh. 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 So. Bisschen ausdünnen hier, die Gegend. Ja. Doch, aber nur ein Blick. Ja, Moin. Nice. So. Das war's jetzt erst mal. Jetzt wird erst mal entschädigt hier, weil... Wer den XP nicht wert, der ist den Euro nicht wert. Wie war das? Okay. Ja, alles gut. Billigsten Fallen ever. Dauert auch nicht mehr lang, bis ich Level abhabe. Das ist doch auch schön. Morrigan müsste, glaube ich, auch ähnlich sein. Äußert eure Wünsche. So, da hinten haben wir noch so Keks. Gut, fangen wir an. Nun guck mal her, ihr. Ich verstehe. So. Ich glaube, das sieht ziemlich sperrig. Äh, ne doch. Man weiß immer nie beim Terrain in Dragon Age. Man weiß immer nie, wo man hin kann und wo man nicht hin kann. Da ist auch zerbrochener Stein. Okay. Her damit. Der ist auf der anderen Seite. Hat ein Wallet, ne? Ja. So, wer ist hier? Dann kommt der Zaller her, hier. Das ist ein Magier, der muss weg. Komm, komm mal hier. Oh, schöne Klamme hier. Meisterwächter. Was ist das denn? Wo sehe ich, was das ist? Egal. Können wir ja gucken. Raus da, ey. Wie jetzt? Ach, wir sind immer noch im Kampf. Gebt die Richtung vor. So soll es sein. So, Obacht vor dem Kerzenlicht. So, jetzt wollen wir, jetzt wollen wir, jetzt muss ich wieder gucken, gibt es irgendwelche Waffen? Ne, waffentechnisch kann ich mich ganz gut austoben. So. Ich mach jetzt mal, ich geh mal voll auf Geschicklichkeit, weil vielleicht gibt es ja jedes Mal, wenn man so eine 10er Hürde, also bei 40 erreicht hat, gibt es ja vielleicht neue Möglichkeiten. Sag mal, wollte ich hier irgendwas machen. Fallenbau? Ne, ist nicht so meins, ne? Giftherstellung, Kräuterkunde, überleben. Ach, überleben war dieses Talent, ne, mit, äh, das Ding ist Giftherstellung. Das kann auch Liliana machen. Und das ist alles full, ey, das ist schon heftig. Wollen wir dann Kampftaktiken machen? Ich weiß es nicht. Ne, ich weiß es echt nicht. Vielleicht mach ich einmal auf Überleben, vielleicht kann ich dir seine Quest damit, äh, erledigen im Brasilienwald. So, jetzt wird's interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt, äh, für Fähigkeiten, äh, einsetzen wollte. Das ist passiv. Aktiviert. Äh. Das ist anhalten, also, und das ist, okay. Das ist auch, äh, aktiviert wahrscheinlich, ne? Das ist anhalten, tja, okay. Passiv muss man ja nix, äh, aktivieren für, ne? Ja, was machen wir jetzt hier? Entweder das hier. Mit zwei Waffen, kritische Trefferchancen. Ich meine, mehr Tre- Trefferchancen. Das hier, das sind Totstellen. Ja, war ich jetzt auch nicht so der Fan von. Dann machen wir das hier. Nice. Sollte kein Problem sein. Bäh. Näh. Wie ihr wünscht. So, dann müsste ich ja, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Weg wieder zurückführt. Feuerstelle. Was geht denn hier ab? Okay. Die Verderbnisse. Ah, okay. Kann es sein, dass wir das übersehen haben? Ja, tatsächlich. Oder? Ich bin nicht überhaupt hier hingekommen. Ach, wir haben, stimmt. Wir sind den Weg gegangen. Und dann gucke ich nochmal. Die eine Stelle sieht doch etwas verdächtig aus. Aber dann haben wir diesen Pfad komplett vergessen. Dann müsste es direkt weiter gehen, da unten. Ach ja, genau. Ja, hier war einiges los. Die taugen nix, oder? Die sind schon lit, aber nix für mich anscheinend. Wie ihr wünscht. Ah, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Eingang. Also, zum nächsten, zum Orteteig. Und dann war es das, denke ich auch. So, latschi, latsch. Wo muss ich nochmal hin? Äh, da hin. Das gibt noch ordentlich was zu tun. In diesem Spiel, da gibt es noch ordentlich was zu erledigen. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier hin, oder gehen wir da hin? Ich glaube, wir gehen erstmal in den Orteteig. Da war ja eine Nebenquest, oder? Ja, genau. Aus Richtung, aus den Richtungen des Orteteigs. Entscheiden wir dann in der nächsten Folge, what auch ever. Hier ist genau die Mitte, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi!